Das ist wie ein Extractor Silber, Öl-Extractor, wie ein Extractor Kupfer. Okay, hier müssen irgendwo solche Felder sein. Aber das ist ein riesiges... Alter, ist das ein riesiges Areal. Das ist ja ein Mega-Areal. Ich wünschte, ich könnte diesen Panzer fahren. Aber ehrlich wie es ist, es interessiert mich nicht. Zumindest jetzt gerade nicht. Genau jetzt, wo ich nachlade, kommst du angerannt oder was? Du bist ein anderer. Nein! Ich habe keine Lust auf so ein Event Zumindest nicht gegen Super Mutanten Noch nicht Mist Er hat zu früh abgedrückt Ich will das auch nicht verteidigen Natürlich gerade nicht Ich habe echt keine Lust zu Einfach nur Ich wollte jetzt hier ein bisschen erkunden Noch ein bisschen So, so, so Da war ich schon Gegen Ratten oder was Mal kurz gucken Wo bin ich denn hier Ach hier, guck mal Wo die Füchse sind Sonst ist da nichts mehr Panzer Ne Ach, draußen war was Ne Jo Looten Superkleber Brauchen wir alles So So Da, 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 da Jetzt die Kanister Zack, zack, zack Ah Mein Fuß ist eingeschlafen Ich siege die Maulwurfsratten Welle eins von eins Werde ich das natürlich machen Eher gut, das sind nur Maulwurfsratten Was, du hast den Schuss überlegt Hey, könntest du mal bitte auf die Einser Einser Waffe wechseln Achso, ich habe keine Dass sie den Schuss überleben Ich glaube es nicht Okay, es sind nur Maulwurfsratten Ach, Welle eins von eins Okay, es gibt keine Zweite, weitere Welle Was macht die Ratte da? Haben wir alles? Event erfolgreich abgeschlossen Gut Naja Gegenschnappelung Right away Doppelregal Okay Das war jetzt eigentlich mal Aber nicht so wirklich Was ich machen wollte gerade Aber naja Ein paar dämliche Maulwurfsratten Das ist nicht so schlimm Na komm Hey, warte mal Ein herstellbares Wo war denn das? Ressourcen Wasser Stromanschlüsse Generatoren Herstellung Hier Pass mal auf Ich weiß nicht warum das grün ist Zack Ende aus Und Äh Behälter Nein Gegenstand Gegenstand verwerten Gesamten Schrott verwerten Kann ich nicht das ganze Zeug verwerten Und das Schwert Muss ich mal auf die 1 packen Vielleicht Ich hoffe der packt das automatisch auf die 1 Ich hoffe der packt das automatisch auf die 1 Das müsste Ja Jetzt ist es wieder auf die 1 Ist nicht stärker So Jetzt kann ich hier nämlich in die Kiste Schrott Gesamten Schrott lagern Perfekt Ich sag's dir aber ehrlich wie es ist Ich hab jetzt nicht so wirklich Lust auf den Flughafen Hier irgendwas zu bauen Wir haben vorhin schon viel gebaut Deswegen hab ich jetzt auch keine Lust Weische Waffe Deswegen hab ich grad echt keine Lust Keine Ahnung Geschützstellung Wenn mir das halt einer abnimmt Dann nimmt es mir einer ab Wenn nicht dann nicht Ich denke oben Was ist denn in die Richtung Das hier Das Eck hier Gibt's denn die Stehleiter der Bruderschaft hier Schon oder Woher die Birds hab ich ja gesehen Ich weiß noch nicht wo Einfach mal so Zahnräder Auch nicht schlecht Ah und hier wird noch das Öl vorkommen Kann das sein Überschüssiges Öl hinzugefügt Müssten wir halt auch erstmal alles suchen Ich hab ja mal vorhin echt viel gebaut Wenn wir die Basis mal noch Wenn uns keiner die Basis wegnimmt Dann ist schön Dann haben wir sie halt noch Wenn uns einer die Basis wegnimmt Ist mir das jetzt auch mal egal Hier kein grünes Zeug Naja kein grünes Zeug Ja doch Super Muttern So schnell schon wieder So schnell schon wieder Überladen Kann doch nicht wahr sein Ja dann gehen wir nochmal davor dann Im Grunde kannst du hier erstmal wirklich Mega viel erkunden und machen Und was weiß ich Bevor du überhaupt irgendwas Hast Oder machen kannst Hier sind ja die ganze Zeit Dann Super Mutanten auch Also müssen wir erstmal denke ich Doch einiges lernen und machen Bevor wir hier Was aufbauen Zuvor lohnt sich das nicht Und brauchen wir nicht Und dann waren wir schon Dann gehen wir dann nochmal Zu der Werkbank hin Wenn wir hier weiter erkundet haben Weil wir haben ja gesehen Unsere Geschütztürme waren ja Gegen die Super Mutanten Sehr relativ Sinnfrei Die haben ja da angegriffen Als ob nichts wäre Die haben wir nicht mal Zurück geschossen Das brauchen wir auf jeden Fall Erst mal bessere Ich glaube da drin waren wir noch nicht Da geht es auch nicht Da rein Na komm Actionboy Zeig was du kannst Homeplate Okay das springen braucht Aber ziemlich viel Radio Nicht schön Und ich die Musik aus hab Radio Musik hab ich aus Aber ich hör's noch Ist auch ne Kaffeekanne Guck mal noch hier rum Ach du heilige Scheiße Ist das ein Riesengebiet Hey Was Ich denke nicht Dass wir hier noch Nein Hier nicht mehr Alter ist das ein Riesengebiet Ich hab's Mikrofon so extrem weit oben Gibt's auch nicht Super Mutant Nichts drin Glaub ich ja nicht Erstmal den Weil der mit der Planke Echt viel Schaden macht Sterb doch nicht so laut Sogar in den In den Terrain In den Beton reingeschossen Schaut's aus Er zieht keinen Er zieht keinen Er zieht ihn aber mega laut Gut 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 Ja, weiß noch nicht. Ja, wenn ich dich finden würde. Hier bist du... Hier höre ich dich extrem laut. Bist du hier hinten? Hier geht's nur... Noch weit... Würde es weiter runter gehen? Bist du oben? Ich höre dich voll laut. Immer noch. Jetzt wirst du leise. Das machen wir so. Das machen wir so. Den Oberschenkel habe ich... Habe ich gerade gekriegt? Okay. Den Oberschenkel. Geht's nochmal weiter rauf. Hier sonst nix. Den habe ich voll laut gehört. Sogar weit unten. Ziemlich weit unten. Ja, okay. Dann haben wir das hier auch fertig. Dann schaue ich mal dahinter nochmal. Keine Ahnung, was das sein soll. Um das Inventar leer zu kriegen. Wirbelsäule. Jetzt schaue ich nochmal zu uns hin. Zu... A's in Anführungszeichen. Die uns eh bestimmt irgendeiner streitig machen wird. Demnächst. Ich denke nicht, dass alle so sind wie ich. Und sich denken... Oh, mir egal. Ah, hier ist das. Hm, hier ist eine megagroße Stadt. Ei, ei, ei. Hier gibt's viel zu looten. Was? Essen, Silber, Öl, Kupfer und Wasser. Okay. Kupfer habe ich noch nicht gesehen, wo das gibt. Aber wenn... Ah, und bin ich hier schon im Baumenü? Ja. Das ist halt hier auch ein Budget. Ihr wisst nur mit dem Budget die riesige Fläche absichern. Weil es ist wirklich eine riesige Fläche. Ich glaube, das ist still eine Bruderschaft. Verwerten. Bin ich nicht auf Verwerten gegangen? Herstellbare Objekte? Nee. Modifikation. Ja, komm, ich will Verwerten. Das ist ja schöner. Ups. Ich bin grad blöd. So, äh... Machen wir wieder so. Was schleichst du da rum und schnüffelst da rum? Da ist nichts. Ach so, die Lebkuchen. Na, Mietz. Das ist eh nix für dich. Das isst du auch nicht. Das isst du wirklich nicht. Gesamten Schrott lagern. Selbst so, wenn wir den gesamten Schrott lagern, sind wir einfach schon fast zu schwer. Ich hab schon wieder so viel Zeug dabei. Äh, nee, äh, Modifikation wechseln. Zum Modifikation wechseln. Mal kurz gucken. Für das Schwert haben wir leider nichts. Jagdgewehr. Äh... Also wir machen mit dem jetzigen 45 Schaden. Es lohnt sich irgendwie überhaupt nicht. Ich krieg eins Präzision besser drauf. Überlegene Präzision aus der Hüfte. Überlegner Schaden noch kritische Treffer. Ja, was werd ich wohl nehmen? Okay. Das isst auch nichts, was ich überall brauch. Solider Kolben. Zerquetschen. Zerquetscher Kolben. Überlegner Nachkampfschaden. Näh, näh. Näh, näh. Ah, geht's. Genau, sowas wär gut. Warte mal. Überlegene Ding. Schnelles. Hohe, überlegene Nachladegeschwindigkeit. Zeit durch Rüstungsdringen gut. Verbesserte Nachladegeschwindigkeit. erhöhte Rüstungsdurchdringen. Das wär geil. Waffenschmied 2 brauch ich da aber. Rang 2 sogar. Das wär... Na, das wär nice. Hast du grad gefurzt und bist da abgehauen, Katze? Das wär geil. Aber ich bleib erstmal bei... Wobei, wir verlieren ja keinen Schaden, gell? Aber die Rüstung ist halt. Leuchtvisier bleib ich da auf jeden Fall. Mündelungsbremse brauch ich überall Waffenschmied. Lackierung hab ich keine andere. Die Pumpgun. Da haben wir hier... Das ist ja... Würden... Feuerrate würde höher gehen. Der Schaden würde... Wir haben jetzt 68 Schaden. Leistungsverstärkter Schluss. Wir würden Schaden verlieren. Hier ist halt Feuerrate höher. Weiß ich nicht. Gehärteter Verschluss. Wir würden ein bisschen Schaden... weniger machen, aber... Wir würden... Stabilisierter Lauf. Oh, guck mal. Äh... Wir haben... Mittelgroßen Lauf. Stabilisierter Lauf. Reichweite, aber Präzision weniger. Kurzer Lauf. Nö, nö. Wir bleiben dabei. Mittelgroß ist... Da bringe ich das Beste. Wir haben jetzt den Standardgriff. Warte mal. Präzision. Überlege Präzision auf der Lauf. Der überlege Rückstoßdämpfung. Nachkampfschaden. Ich nehme den da. Standardvisier. Schalldämpfer für die Schrotflinte. So, hier können wir nichts machen. Da brauchen wir immer Waffenschmied. Stabilisierter Stummelverlauf. Nein. Äh, Standardgriff. Solider Griff. Oh ja. Den nehme ich. Standard Magazin. Das Beißen im Magazin geht nicht. Brauchen wir auch Waffenschmied. Nee. Bremse. Markierung haben wir nichts. Okay. Wir könnten höchstens mal noch... kurz vor Auge drückt halten. Und mal schauen, ob wir... Ich glaube, daran soll es jetzt auch nicht scheitern. Äh, Herstell... Nee, Herstellbar. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Herstellung. Wenn wir hier noch so ein Ding damit hinsetzen. Warum ist es da drüben grün? Ach so, weil das eigenes Lager hat. Weil die Werkbank ein eigenes Lager hat. Stimmt. Weil die Werkbank ein eigenes Lager hat. Haben sie ja gesagt. Vorhin. Ich denke nicht, dass wir hier was haben. Lackiert. Ohne Extras. Da haben wir für alles noch nichts. Da haben wir Maß geschneidert. Statt zum Ultrala-Leichtbau. Gekocht. Oh. Die müssen wir aber... Jetzt mal... Ich müssen wir mal reparieren. Warum sind wir denn schon wieder zu schwer? Guck mal, die Molli ist weg. Oh. Hilfsmittel. Äh, ein Bourbon? Nein. Gegrillter Reddish. Nehmen wir mal. Und wir... Knallerbsesaft. Ja, komm. Ähm... Mutterbärnsaft. Und... Mutterbärnsaft. Mutantenhundefleisch? Wir haben ja Mutantenhund zerlegt. Ich glaube, ich weiß, wo unser Gewicht ist. Aber wir sind jetzt soweit voll. Ich mache jetzt mal eine Schnellreise zu unserem Camp. Schnellreise. Ah. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht unseren Mais jetzt wieder hinkriegen. Es wäre nämlich schon ganz nice, wenn wir den Mais hinbekommen. Da haben unsere Geschütztürme geschossen. Wie kommst du da rein? Keine Ahnung. Bauen? Jetzt weiß ich nicht, wie sehr das Zeug aufs Budget geht. Also gelagert haben wir nichts. Äh... Warte mal. Nahrung hier. Wir haben wieder einen Mais. Wir haben aber auch so eine Karotte. Und wir hätten noch ein paar Mutterbärenpflanzen. So, die sollten jetzt aber reichen. Was ich mir gerade überlege, ob ich wirklich vielleicht irgendwo eine Treppe nach oben mache. Um von oben zu gucken. Ich weiß nicht, ob was ihr gerade geschossen habt. Aber auf jeden Fall ist was gestorben. Oh, guck mal. Ist alles wieder da. Hier geht's auch nicht mehr.